Ich habe am liebsten meine Ruhe bei der Arbeit. Alles schön, Piano. Ich meine, privat kannst du gerne hoch hergehen. Dann geht's ja auch. Also, wenn ich mit deinen Jungs unterwegs bin, dann hast du auch eine Kirmes im Schädel am anderen Tag. Ja, und wenn dann hier auch noch Theater ist. Aber meistens ist ja hier nichts. Mein Vater ist Schlosser und mein Bruder ist momentan arbeitslos. Da fände ich es jetzt irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier auf Chef lerne und so. Und außerdem habe ich alles. DVD, Auto. Außerdem finde ich nicht, dass jetzt jeder unbedingt eine große Nummer hier werden muss. Und hier kommst du sowieso nur weiter, wenn du dir vorher einen braunen Hals holst.